Mein Name ist Hans-Joachim Gebauer, Hans ist der Hofname, nun schön aufgepasst. Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein und in Kummer auch gleich mit ihnen rein. Leert das ganze Glas in einem Zug, dann wird ja alles wieder gut. So lieber Christian, ich möchte dir bedanken für deine Lektüren, die ich mir gekauft habe, für ein kleines bisschen Obolus. Ab heute habe ich mir gesagt, ich tue es veröffentlichen, wie mein Leben ist. Die Kaulais habe ich weggeschmissen, ich habe ein monatliches Einkommen zwischen 25.000 und 30.000. Auch ohne Zähne wollen wir die Weiber haben, weil ich nie eine Knete besitze. So sieht das doch immer. Und dafür bedanke ich dir, lieber Christian Wolff, seine Gegrüß, ich hoffe, du schaust auch mal mein Video an. Tschüss.